Gleich beginnt das Spiel VfB Lübeck gegen SV Drochtersen-Assel. Es ist das Endspiel um die Playoffs. Wir haben es jetzt so oft schon wiederholt und werden es wahrscheinlich immer noch wiederholen. Und Calvin Brackelmann eröffnet dieses Spiel. Und es gibt einen Wurf für Drochtersen-Assel. Das Spiel läuft von der halblinken Position. Oh, der kommt gut. Und der ist drin. 1 zu 0 für Drochtersen-Assel. Aus dem Landkreis Stadel. Der Einwurf kommt. Brackelmann, Boland verpassen. Und da steht Czapa! Und da ist das 1 zu 1! Was für eine Wahnsinns-Hütte! Was für eine Wahnsinns-Hütte von Matthäus Czapa! Mit dem linken Fuß in das rechte obere Eck. Ich kann mich auch ehrlich sagen, am Anfang, wenn man dann so die Spiele guckt, ist es dann so, man versucht das... Boah! Grupper gehalten von Erik Gründemann und da ist das 2 zu 1 für Drochtersen-Assel. Jetzt, wo wir hier so quatschen. Eckstoß, VfB Lübeck. Der Ball kommt in den 16er. Das ist der Köis! Ja! Da ist es! Bumpe! Bumpe! Scheiß es! Tommy Gruppe und die Normühle explodiert! Da ist es doch! Ja, so haben wir uns das doch gewünscht. Scheiß es! Ich sage herzlichen Glückwunsch, Alex Schmidt. Stellvertretend für den VfB Lübeck!